Das ist ja wie eine Zunge. Das ist aber sehr süß. Ich freu mir was zu trinken, wenn ich schon allein bin. Hat dem jemand gesagt, dass das auch die Klobürste ist? Nein, wird keiner da. Ein ganzes Hotel nur für mich. Oh, ich setze mich an den Kamin. Ach Mann! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Erinnere dich mal zurück. Hast du was geklaut? Nein, nein, nein. Geh in deine Erinnerung. Wir im Wald. Ja, ich bin in meiner Erinnerung. Zehn Meter von unserer Schule weg. Wir gehen in den Wald rein. Wir haben Schaufeln dabei. Wir graben ein Loch. Ja! Nein! Also der Vogel hat es schon mal nicht überlebt. Ich glaube auch. Das ist sie, das stimmt. Ich erkenne sie wieder. Sie war damals nicht so verschmuggelt. Wie heißt es noch? Zeitkapsel? Zeitkapsel. Die riecht noch von unseren Fingern früher. Und nach Füßen. Und nach Regenwürmern. Nach einer toten Oma. Und nach Spinnenkot. Zurück in die guten alten Zeiten. Ralf und Simon, sagt euren alten Freundschaftsschwur auf. Warte, ich nehme schon mal Anlauf. Du weißt, was ich will? Ja, ja, ja. Huckidi-muckidi-puckidi-boom. Alles kommt als Licht. Du wichtig. Ja! Ist noch nicht fertig. Rappidi-schnappidi-klappidi-peng. Die Hosen von früher sind heute zu eng. Weißt du, was drin ist? Wir haben richtig viele Sachen rein. Aber wie alt waren wir? Ein, zwei, drei, zwölf Jahre? Ja, zwischen eins und zwölf. Ja, irgendwas? Boah, ich bin aufgeregt. Wo ist denn der Schlüssel? Simon, wenn du die Kiste öffnest, dann öffne sie wie eine archäologische Sensation. Und den soll ich jetzt noch finden nach 30 Jahren? Was jetzt? Oh, du wirst so grün. Wir haben ja was. Ich habe viel. Ich habe viel in meiner Karriere. Vieles habe ich entdeckt. Die Grabkammern der Pharaonen. Die Schätze der Inka. Die Pfeile der Maya. Komm, wir machen die zusammen auf. Einer links, einer rechts. Das ist echt wichtig. Wir haben keinen Schlüssel. Halt fest. Ich spring drauf. Könnten wir das nochmal durchdecken? Eins, zwei, eins. Guck mal, die geht schon auf. Guck mal. Die ist schon jemand an. Nein, nein, nein. Hier nimm mal ein Kaugummi. Okay. Da schmecken ja die Oma-Füße besser. Nein, 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 nein. Das ist ja mein Scherz-Kaugummi. Ich habe den gebraucht. Das klappt immer noch nach 30 Jahren. Ja. Die Klammer ist eine alte Klammer. Was ist das? Was war das? Ja, jeder knet. Ja. Guck mal hier. Sieht aus wie du ein bisschen. Jetzt nicht mehr. Jetzt schon. Was haben wir noch? Nein. Apple and Cherry. Apple and Cherry. Sagen wir die jetzt noch trinken? Ich glaube, die schmeckt es wieder bis. Halbbarkeitsdatum 3241. Das geht. Oh, jetzt noch eine vierstellige Postleitzahl. Egal. Ich bin so aufgeregt. Lecker. So ein bisschen hinten rum. Weißt du, was wir früher immer gemacht haben? Warte, ich mach es mal aus dem Fenster. Nein, musst du nicht. Danke. Das ist wirklich gut. Ach. Ach. Die Rache des kleinen Mannes. Ah. Da ist kaum Zucker drin. Ich hab's mir in den Hals gespritzt. Ich sag einfach nichts dazu. Das lass mir einfach so. Als ich's ausgesprochen habe, habe ich auch gemerkt, das könnte man... Ja. Was ist das? Das ist unser Brief. Guck mal. Stimmt. Jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Ich auch. Lies vor. Freundschaftsvertrag. Mit F. Ja, Freundschaft schreibt man auch mit F. Aber nicht in der Mitte. Doch, Schaff. Vertrag. Ach, Vertrag. Hast nix, ist egal. Da gehört ein Vogel faul, ne? Nee. Doppel F. Es ist immer bei mir würfeln, F oder F. Macht nix, macht nix. Freundschaftsvertrag. Wir bleiben für immer Freunde. Und wenn wir groß sind, öffnen wir die Kiste und bleiben die ganze Nacht wach. Das hab ich noch nie gemacht. Ich glaub, nach dem Getränk können wir eh nicht schlafen. Wir bleiben die ganze Nacht wach. Was machen wir denn dann? Was macht man nachts? Geschwänster-Geschichten erzählen. Das ist gut. Ach süß, der Ralf ist ganz aufgeregt. Ralf, kompensiere deine Aufregung mit Eselslauten. Und so tun, als wären wir Geister. Das ist toll. Ja, das machen wir. Oh, warte, warte, warte. Wer bin ich? Ein Hase. Fast, fast, fast. Was? Was? Ein Esel. Ja. Ein Volkesel. Ja. Ja. Oh. Ich hab meine Kontaktlinse verloren. Zyklopenkontakte. Schmeiß es weg. Ja. Weißt du, wenn ich mich freue, dann kling ich immer wie so ein Esel. Und so freut hab ich mich schon lange nicht mehr. Ah. Er ist großartig. Du musst auch laufen wie ein Esel. Ich hätte die, glaub ich, für immer vergessen. Für immer. Danke fürs Aufräumen. Gerne. Mathe. Ne, wir machen immer weiter. Weißt du noch mein Geburtsgeschenk? Ja. Damals hatte ich noch sehr volle Haare, sehe ich gerade. Hast du heute auch, noch nicht mehr überall. Und irgendwie hatte ich damals breitere Schultern als heute. Ich finde. Ja. Komm, das hängen wir auf. Genau, das hängen wir auf. Aber wo? Ja, hier. Jeder soll es sehen. Warte. Womit? Na, ich hab ne Idee. Ein Messer. Ich hab ein Messer. Was hältst du von einem Messer? Du hältst mit beiden Händen fest und ich auch gut. So. Hält es? Naja, kurz. Ach komm, dann hol ich doch das Messer. Warte mal, wir haben doch Kaugummi-Automaten. Bitte? Hier. Simon, fordere Ralf ohne Worte zum Kaugummi-Wettblasen heraus. So. Aber. Au! Danke. Kaugummi? Nee, ich glaub' das ist doch jetzt. He? Das ist doch jetzt zu hart. Mmh, Mh-Mh-Mh. Lecker! Blast ich? Wi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi. Hahaha, sehr gut. Das scheiß Ding hat. Ich hab richtig Schmerzen. Ich auch. Oh. Ich hab richtig Schmerzen.